So Leute, da sind wir beim nächsten Opening und ich habe einen Nils Hamm traditional foil. Nils Hamm, tatsächlich ein Künstler aus Deutschland. Sehr, 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 sehr cooler Künstler. Ich mag den Künstler sehr. Er macht sehr, sehr coolen Stuff und gucken wir mal rein, was Wizard of the Coast ihn hat malen lassen bzw. was er für Wizard of the Coast gemalt hat. Wir haben ein Thank You, Thank You, Thank You in einem Echo Ding. Keine Ahnung, ganz weird. Und dann haben wir... Da ist schon die erste Karte gerevealed. Das ist natürlich ungeil. Die Blows Gate. Ich kenne nicht mal die Originalkarte. Das ist ein bisschen schade. Gucken wir mal rein. Ich bin... Von denen hier, da hatten die noch den Plastik drum. Mittlerweile haben die ja, glaube ich, da Papier drum und so weiter und so fort. Ich bin... Ja. Sigulea! Ja, das Feuling ist schon wieder so, so krass für mein Licht. Ich muss irgendwas an meinem Licht mal ändern. Kurzer Disclaimer. Dieses Ding wurde mir zugeschickt von einem lieben Abonnenten, der keine Werbung haben möchte. Dementsprechend werde ich nichts dazu sagen. Da drüben seht ihr auch noch das Paket. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank, dass ich es öffnen darf. Und ja, wir gucken uns an, was der gute Nils hier gemalt hat. Fünf Mana, drei, drei, Fisch. Wenn er ins Spielwerk kommt, können wir Liganzan am Countern auf einem permanenten... Oh, die Karte ist das. Aha. Ja, jetzt ist es gestanden. Dann Tireless Tracker. Oh mein Gott, ist das ein lustiges Artwork. Dramana, drei, zwei. Immer wenn Land ins Spiel kommt, investigieren wir. Und immer wenn wir einen Clou opfern, kriegen wir das 1 Mark auf den. Homer, The Odyssey. Ich weiß gar nicht, ob diese Künstler auch den Flavortext bestimmen dürfen. Das wäre natürlich mega. Das wäre wirklich mega. Gucken wir uns hier nochmal ganz kurz das Artwork an. Fällt mir an. Hier mit dem kleinen Usel und dem komischen Fischen. Und hier ist der am Reiten auf so einem Pelikan-Ding. Ganz süß. Dann haben wir Contagation Engine. Sechs Mana, wenn es ins Spiel verkommt, legen wir eine Plus-Ans-Eins-Marke auf jede Kreatur, die ein Spieler unserer Wahl kontrolliert. Und für vier Mana Tappen proliferaten wir. Und dann proliferaten wir nochmal. Und hier ist tatsächlich hier, sind die beiden da was am angucken. Der Hypnogobble oder wie der heißt. Sehr, sehr cool. Ich mag die Artworks wirklich sehr. Wirklich. Finde ich sehr, sehr cool. Dann haben wir Sword of Truth and Justice. Spiele ich sogar tatsächlich im Legacy. Drei Mana, plus zwei, plus zwei. Schutz vor weiß, Schutz vor blau. Kriegt die ausgerüstete Kreatur. Für zwei Mana kann ich ja kippen. Und wenn wir da mit Schaden zu fügen, kriegt die Kreatur plus eins, plus eins. Und wir proliferaten. Sehr viel proliferate. Sehr viel mit Marken. Finde ich sehr cool. Und hier auch mit dem Schwert aus dem See. Das ist eine alte Geschichte mit der Dame aus dem See, die das Schwert beschützt. Aus England. Von King, hier von, 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 hier. Le Morte de Arthur. Also die Geschichte von Arthur. Darum geht es sogar. It's Excalibur. Habe ich sogar erkannt, ohne den Flavotext zu lesen. Aber das wäre natürlich cool, wenn die auch den Flavotext dabei setzen können. Ja, und, äh, deswegen zeige ich euch selten Foil-Karten tatsächlich. Fällt mir gerade mal auf. Und wir haben als Zusatzkarte noch ein Teil des Tracker in, was ist denn mit dir passiert? Entschuldigung. Guckt mal. Also, hier ist eine gerade Schnauze. Hier ist so ein... Er sieht sehr ungesund aus. Sorry, aber... Das ist super lieb, super tüchig, im Grinsen. Und das sieht super ungesund aus. Auch wenn ich den, den Dinosaurier hier cooler finde als den Pelikanier, aber... Krass. Sowas finde ich cool. So Skizzen, so Skizzen, wie man, wie die Künstler das ursprünglich mal gemalt haben, was am Ende dabei rumgekommen ist, finde ich sehr, sehr cool. Das sollten sie öfter machen, statt irgendwelche Kopischen Sliver. Ähm, no hate zu sliveren, aber, äh, die Dinger hier sind cooler. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen und den Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.